So, hallo zusammen. Hi. Ich hoffe, der Wind macht nicht so arche Störgeräusche. Wir sind heute auf der Suche nach einem kleinen Lustplace mitten in der Pampa. Habt Spaß. Das hier ist schon mal ein Zeichen, nicht leicht zu finden, aber nach ein paar Informationen, die wir hatten und langen Suchen, sie schon ganz kaputt, haben wir hier oben mitten im Wald den Lustplace. Na, dann hätten wir mal gesagt, gucken wir uns um. Ja. Das hier ist schon mal ein Zeichen. 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 Bis zum nächsten Mal. Das Auto ist schon außer Haus. Ja, hier hatte der damalige Hausbesitzer sich scheinbar sein Trinkwasser geholt. Hatte eine eigene Sisterne. Ist auch noch Wasser drinnen. Und wie es aussieht, war selbstversorger und hatte seinen eigenen Teich mitten in der Prärie. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, neben seinem Haus hatte er hier scheinbar noch so etwas wie, kann man schwer sagen, Jetzt schauen wir es uns an. Autoreifen. Ja, das war es mit dem Video. Wir hoffen, ihr schaut bald mal wieder rein. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020